Livestream ist schonmal an Aber am besten warst du immer das Team die seit Jahren hat Das war wohl geil man Vor allen Dingen dieser Brasil-Doc Der hat sich von mir die ganze Zeit bekommen Das hast du ja auch noch gesehen Ja Ist noch drauf Das war grad so lustig Ich würd sagen Ich würd sagen im Rank Nur mit Pistols oder? Also ich mach das mir so scheißegal Also wir haben das mal mit Kollegen gemacht Wir waren zu fünft Wir haben Rank einfach nur scheiße gebaut Nur mit Recruit gespielt wir haben sie rasiert Eine Runde noch Recruit okay? Aber als Verteidiger lieber Verteidiger Ja Verteidiger sind wir Okay Verteidiger Danke Okay Aber Pistols ist ja jetzt scheißegal Du bist immer Pistols Ich bin der erste Person, dass er scheißegal wäre Also ich nehme mal Hibala mit Pistols okay Das geht auch Hauptsache ich kann was aufmachen Ich bin der erste Person 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 Weil ihr wisst ja Von YouTube Channel steht immer noch drauf Challenge Challenge ne mit Pistols Ich kann nicht was anderes spielen Ich bin der erste Person Ne Aber Headshot verteile Hahahaha Echt Echt Der andere TK sagt Was? Na wieviel TKs wird man gebannt? Also ich wurde mal sieben Tage gebannt Schon einmal Auf PC und hier Zwei Zwei Ab zwei in eine Runde Ab zwei in eine Runde eigentlich Ab zwei in eine Runde Ich bin der zweite Person Aber manchmal Ich weiß nicht Manchmal ist das System auch ein bisschen BallaBalla Ich kenne einen der im Rank hat mal drei Leute gekillt von uns Kev Dog Lesion Virgil Äähhh Welk Ach komm jetzt! Pistol wird gespielt man! Einmal eine Runde! Ich muss einfach den Rapid Fire rein, damit geht's! Jetzt erstmal den normalen Camzweck mal, aber ich hab schon auf Pistol umgewechselt Irgendwo muss ein Cam rausgeschmissen haben Ich hab auch scheiß C4, Alter! WTF? Er schreit geil! WTF? 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 Ich hab nur noch 10 Schuss drin! Messer mach ich gleich, warte mal ab! Scheißegal! Ich geh da rein wie Maschine! WTF? 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 Weайн? WING! WTF? Gku перев воспp w povo Ich muss nur eine... Ja Dennis muss aber viel spielen Der muss halt an SMG spielen, der ist ja... Ich muss an SMG spielen, aber auch mal... Scheiße Schild, Monte! Immer zwei Stück, ihr müsst helfen! Du Mann! Pass auf, da ist noch einer da! Nein, Thatcher! Guck mal, was der andere macht, der Durbel! Guck mal, was der macht, der Vollmonge, der guckt das Loch da oben an, der, der, der... Ich hab keinen, Alter! Hey Bruder, hilf nicht, der kriegt Headshot! Ich schwör, der Bruder, hilf nicht! Er kriegt Headshot, das ist, das ist aber safe! What the fuck! What the fuck hat der einen Aim, Alter! What the fuck! Ey, lieber... Ey, lieber gehen wir den Headshot jetzt, ja? Lieber gehen wir den Headshot, das ist sinnvoller, ich schwör euch das! Was war das, Hibana, ne, war das? Ah ja, ich hab die Hibana gehabt! Was hab ich da? Ich hätte fast die Gradbanne, hätte ich da bloß mehr Muni drin! Ich kill! Nein, kill lieber den anderen! Nein! Yanic. Ja! Hat er hier, da kommt... Maul, oh, der vernünftige Callout, und ich... Du musst ein selber, von dieser Städte der... Okay, denn, wir... er hat er für den Weg Kervoelk das ist für den anderen und gleich naja die fotos haben sie wieder so mal richtig oder noch mal anders machen ok er ist normal wieder jetzt was was wir wollen es noch schaffen was hat er gemacht er ist raus wer ist jetzt rausgegangen schweizende schweizende zu bekommen Das ist ein Granatwerb. Das ist sehr gut. Blende blende Was ist das? So, jetzt haben wir ihn schon mal ne Runde geholt. Hi, war doch sexy oder, Runde haben wir gewonnen. Was? Okay. Dass da noch keiner geschrieben hat, dass ich da 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 wo? Markier, ich seh grad nix. Wo willst du Impact? Dann die! dann impact drauf steht er sicher ich habe keine kontakt mehr ich mach nicht ja sie sind zu viele was macht denn der kapgander ok hey die pusten schon wieder leute schnell im pack kam hier irgendwo her das letzte ist bei mir habe ich so muss es laufen so gefällt mir das wieder so macht es wieder spaß einfach nur drauf scheißen und spielen wollte mich verarschen selbst dieser ramden hat einen kill kacke man da gibt es einen trick wenn das internet nicht läuft den router einmal richtig fett drauf schlagen und einen neuen bekomme so diesen waffen army müssen über army käfern sie wieder kev haben sie wieder kev macht tropper was ist mit denus was warum team kill warum team kill lass doch ganz ein bisschen oben rein das wisst ihr wo die kev war kommt ihr mit nach oben ja wir müssen die kev ausschalten ja das müssen wir finden ok wo ist die fotze hatte sie eh wo sie kev hey wo sie kev Gut. Gut. Held das auch. Was ist das? nein unten links rechts da hinten in der eck legt der fatze ich hätte einfach blenden sollen bei der andere scheißbombe seiten recht ist er rechts daher aber er kann jetzt auch links seine drunter vor drunter vorerst da ist er nice was nein aber ich wollte im eiskelen aber der jetzt geblickt dass der runter springt gleichzeitig ich wollte wir gehen workshop oder oder wollt ihr teller kommt teller das wissen sie nicht jeder es macht noch ganz wenige nur teller aber jäger scheiße will aber kein jäger haben ich brauche was anderes einer muss jäger scheiße tropa müssen wir aufmachen das wisst ihr ich hab gern weg schießen ach du scheiße ich muss erst mal finden wo der ist nicht dass ich jemand anders treffe das 1900 tasse man das war knapp ne die wand müsst ihr wir müssen die hinten irgendwie verstärken das wisst ihr ja ich hab noch eine wo naja du willst wieder ding machen ich hab ich dachte jetzt auf ich bin ich bin ne der ist tot es 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 Okay. oh hop in wo war er Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich hab ihn! Nein! Ich hätt' weglaufen müssen! Wir haben so eine K-Warsche nicht rum! Ah ja, komm! Mit Schalldämpfer noch! Ich breit einfach! Scheiße, wir sind nur noch zu dritt, Mann! Was ist da los? Oh, okay! Ja, mein Internet meint so, ich bin ein kleiner Hurensohn! Komm, wie geht's dir? Nein! Wir holen uns zwei davon weg! Wir sind zwei, wir holen uns gleich weg! Das kannst du glauben! Mit Mira und Ding! Das Beste, was hast du eigentlich gemacht, wo du dich da gedreht hast? Wo du zum ersten Mal rausdehnt! Keine Ahnung, ich bin nicht rausgegangen! Du musst aber nicht mal früh da sein, dass wir jemanden treffen können! Ja, ja, ja! Da muss aber einer die hintere Wende machen! Im Archiv muss jemand anders machen! Nein! Die sind schon wichtig! Nein! Ein, ein, ein! Ja, das Balm ist! Ich bin Profi da drin im Balm! Ja, ja! Ich komm schon! Ne, die wissen das jetzt aber glaube ich! 1, 2, 1, 2, jetzt! Nein! Oh, das war knapp! Ja! Hast du mal gekillt? Nein! Aber gut angeschossen! Das ist eine AFK! Ah nein! Auch nicht! Lass! 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 nein komm das müssen wir noch schaffen man ja das mann ist gepflegt ja wo wir scheiße spielen habe ich zwölf kills oder was spiel ist richtig haben wir nicht so viele kills ich muss glaube ich immer scheiße spielen Colin komm zurück please I love you wir sind doch nicht raus gerannt wir wollen frische luft haben es war zu heiß Doc hat kurz gepupst und es hat gestunkelt ja man muss das einmal mal machen so was einmal im leben wieder ach komm das regeln wir jetzt guck jetzt haben wir vier gegen vier also ja aber Tupac ist noch bei uns oh ja mein ping geht gerade auch hoch das hatte alter mein internet geht auch hoch scheiße finde ich nicht mal lustig 119 sind es selber raum wie wir oder was man ich wollte noch gold werden also gold kann es immer noch werden stück papier drauf malen und schreibe ganz einfach sie machen dasselbe wie wir oh die haben einen kev das weiß ich nicht wo die ist ist ich kann ja ja Ja, warte, komm. Er macht alle akbar. Gehts wieder? Oh yes. Gehts wieder? Gehts wieder? Gehts wieder? Gehts wieder? Gehts wieder? Gehts wieder? Gehts wieder in eine Cam rein? Sag, wenn sie kommt von hinten. Wo? Scheißegal, Mann. Gehts wieder? Gehts wieder? Gehts wieder? Kev! Gehts wieder? Schade, Mann, Alter. Gehts wieder? Ich kann nicht mehr. Schau, die Lappen, Alter. Und gerade mal neun Kills, man hat zwölf Kills da drin. Ja, das waren Pussys, Mann. Das waren nur Silberspieler. Verlass der dich. Null. Das waren nur Silberspieler. Achso, war mein Trupp. Ne, war mein Trupp. Fuck, Mann. Was warst du mit Colin jetzt wieder? Hat er sich verrückt? Dennis, was ist hier? Dennis, gehst du auf? Dennis? Ich glaub, da redet keiner mehr mit uns, weil wir zu gut waren. Ja, immerhin. Ich hab die Kills gemacht, ne? Ich kann doch mehr. Ich kann ja noch ein Stück mit Apfel. Ich konnte die Scheiße machen und hab Kills gemacht. Ich hab die Kills gemacht, Alter. Aber wir spielen locker. Warte mal. Wir spielen mit zwei anderen noch. Wann kommt die? Wie gehen sie denn? Ja, okay. Dann geh den rein. Warte mal. Lade ein. Und mehr schreiben. Glaubst du, ich geh mal gucken. Es sind zwei. Was, Mikro? Oder gehst du auf? Ob überhaupt mein Mikro aktiviert ist. Was, Mikro? Dann kommst du, oder gehst du auf? Alex von beiden. Okay. Ja, dann geh mal deinen Freunden rein. Ja, machen wir gleich. Ja, jetzt? Hopp, hopp, hopp. Ja, ja. Da musst du mich erst einladen. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Wie alt bist du? Wer ist? Ja. 32. Ich bin zwei. 32. Bist du Familie? Ja. Deiner hat halt lecker. Ich kann schon Rentner hier sein. Ich läd' da jetzt ein. Dann gehen wir rüber. Dann spielen wir rank. Geht's grad weiter. Warte. Ich schreib. Achso. Ne. Das war davor. Warte. Warum lädt uns kommen rein? Warte mal. Vielleicht sind sie grad selber mit. Ich schau mal grad nach. Mach du Scheiße. Hat er mich gelöscht jetzt oder was? Ne. Das wär's jetzt noch. Ich seh den nicht mehr. Warte mal. Ich guck grad nach. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wo ist der hin? Es ging aber schnell mit löschen. Ne. Der ist off. Shit man. Caral. You puta man. Hey man. Ja. Ich guck. Ja. Ich bringe ja. Ich bin locker. Ich bin locker. Der live stream. Was wollen wir spielen? Wollen wir locker spielen? Warte, ich schreib hier nochmal, vielleicht kommt er rein. Entendlich? Ja? Willst du den, äh, YouTuber, äh, den Channel von, äh, Alex wissen? Ja. Ja. So eine Kacke! Black and White noch! Aber da wird eh wieder geändert. Äh, wie heißt der? Black and White? Ich hab hier einen Link geschickt. Link öffnen. Caralho! Ist ja aufgegangen, man, Puta Merde. Es kreent gerade. Gib mir mal Support, gib mir mal Moderator, ich schreib was rein. Ja, da hört man sich sogar noch. Scheiße, man. Ey, egal, wir machen trotzdem weiter Rank, oder? Warte, ich, ich, ja, was? Lass ein Abo da. Ich schreib was rein. Und ein Abo, und ein Abo da lassen. Ja, aber mach Abo nennen. Ja. Aber mach Ding, ich kann nichts reinschreiben. Wie, du kannst, bei dir hängt da aber alles. Warum kann ich nichts reinschreiben? Normalerweise kannst du was reinschreiben. Warum? Ich kann nicht. Wie, du kannst nicht? Ja. Ja, ich schreibst du das, ich kann das auch nicht. Hä? Selbst ich kann hier reinschreiben, guck. Hä? Du hast die Scheiße, ich kann das reinschreiben. Ne, ich kann auch reinschreiben. Ich auch. Warum? Warum kannst du nicht? Bei dir hängt alles, dein Spiel hängt, alles hängt. Hä? 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 Geh mit dem Handy rein. Na ja, scheiße. Wof, ich geb dir keinen Follower. What? Guck mal was. Headshot. Du kriegst du Geld dafür. Nee, dafür kriegst du kein Geld. Nee, dafür kriegst du kein Geld. Ich hab bis 116 Abonnenten, dafür kriegst du kein Geld. Soll ich locker schaffen und mich holen? Na, was machen wir? Wir machen rank, man. Mir scheißegal. Geht grad weiter, der scheiß. Machen wir das rank, oder locker? Rank? Nee. Kriegen wir sowieso auch die... Ist doch scheißegal, man. Niemanns Bonkill. Ja, ne. Ja, Dennis. Du musst dieses Ding aufnehmen und den live streamen. Was ist denn da? Damit alles, dann werd ich rausgeschmissen. Ui, er ist noch auf Bank, das ist tödlich. Hallo? Oh, Leute, ich hab mich ge... Ich hab mich ge... Das ist jetzt richtig tödlich, ne? Was soll ich hier, was wir hier auf Bank machen denn gleich? Ich kann euch gar nicht rufen. Was ist da? Ja, mein Scheiß ist das. Also, ich nehm... Ich nehm den Koffer jetzt dran, ich... Weil Pistil geht voran. Na ja, Mann. Hallo? Hallo? Hallo, mein Amigo. Nur Pistil, okay? Pistil, okay? Pistil, Pistil! Ich müsste mir erst wieder raus, kurz. Über Handy kann ich das, glaub ich, nicht machen, oder? Nee. Geht nur über PC. Warte, ich geh bei Handy rein, dann gibt's irgendwas am Rad. Flecken. Ja, was ist, guck dir da. Hamsterporn da drüben, oder was rum, das man lädt. Das ist scheiß Maus. Maus kaputt, oder was? Oh, da hängt irgendwas, meine Maus hängt. Ich kann grad das mal richtig lenken. Oh, Doc! Wuhu! Ja? Was hab ich? Was ist ein Delay? Nee, noch nicht. Oh, nee, Pistil, ihr wisst ihr, was... geschieht. Aber erstmal vordruhen. Runden. Okay, die Held. Scheiß-Trupp haben sie zugemacht. Scheiße, ich bräuchte jetzt den Koffer. Ich könnte sofort blenden. Oh, mein Gott, schüttchen. Oh, mein Gott, schüttchen. Oh, mein Gott, schüttchen. Warum kommt doch draus? Warum hilft mir niemand? Schüttchen mit? Schüttchen mit? Weißt du mal, nein, Mann. Oh, Gott, schüttchen. Nein! Karalio, der Scheiß Kapkam war hinter mir noch in der Grasch. Ich wollte den Echo messern. Fuck, Mann. Ich glaub, der Bug wird erstmal eingesandt. Was macht der? Na, der wartet, bis Weihnachten vorbei ist. So sieht's aus. Was macht der Bug da oben eigentlich? Der sucht, glaub ich, seinen Osterhase. Guck mal, er verloren hat. Was macht der Thermit da? Bist behindert. Oh, ja, ist Käfer noch und der merkt's nicht. Guck mal, Thermit merkt's nicht. Hahahaha. Er merkt's nicht, geil. Oh, yes. Aber richtig blöde Leute. Das sind die Ball. Power for life. Guck mal, was der macht. What for ein Aim, Alter. Lache? Ähnlich? Hm? Ich sag mal, was die Kuppe flache. Was? Weil, wenn sie uns hier auf dem Ziel zieht. Und dann ist es vielleicht... Genau, ich bin jetzt Echo-Drohne. Und dann muss der Motor füllen auf meinem Fleisch. Guck mal, wo er rein will. Hahaha. Wo er rein will, Alter. Was macht der, Junge? Was macht der, Junge? Wtf, Thermit. Wtf, Thermit. Ey, komm mal. Wtf, Thermit. Wtf, Thermit. Halt. Was macht der Junge da eigentlich, Thermit? Ey, bist du total verblödet, oder was? He, bist du total verblödet, oder was? 20 seconds. Wtf, Thermit. Der Junge ist total verblödet. Wtf, Thermit, Schick. next round oh mein Gott alter mit solchen Remdance müssen wir noch spielen oder was aber der hat einen Kill got safe yes mom look und dog wieder jawoll man kein problem ich bin dabei mir ist doch scheißegal dass jemand mehr verkommt grünflächen war der gold da sind wir bei vier wir haben eine KD-Kunde und wir kommen auf fünf Was sind das für Teammaten? Das ist so Dulli. Das ist so mehr wie Dullis ey. Hi Papi! Ey wir müssen uns aber beeilen ne? Wo bist du? Schau was! Wo bist du? Komm Juwelier raus, Juwelier! Komm schnell, Juwelier! Ey Juwelier sag ich schon. Eins, zwei, drei, vier. Boah, ab's ab mein Neger! Petsch das schonmal weg! Wo ist der? Scheiße, bei mir ist unten einer. Black Bad. Klairs ist der letzte. Diffuser und Pink. Wo? Diffuser und Pink. Wo? Diffuser und Pink. Sag! Nein man! Das hat mich abgelenkt man! Deine scheiß Kev! Hey Kev Wölk! Mann! Hättest du da nicht hingeschossen man! auf der treppe das auch vor dir oh mein gott hast du glück hast du kämpfing und auch hast noch eine jeder weg geht er weg geht zum koffer geht zum koffer versteckt ist ja genau macht jetzt macht es weg schnell 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 du dich aber auch nicht so nein 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 oh mein gott rechts 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 ganz rechts nein ganz rechts jetzt schnell aber ich habe mir den scheiß user her wenn er weg ist ist er weg aber der eine kann überhaupt nicht spielen die titsche habe ich noch schön geholt aber dann mit soße nach hinten los black bett auch noch geholt oh kittchen oh die haben einen kessel wieder käfer oder was wo die haben fast dasselbe glaube ich vor käfern sehr wieder die die Auf 2.0 sind die Kieger. Okay, das ist ein bisschen mehr. Okay, das ist ein bisschen mehr. Okay, das ist ein bisschen mehr. Sehr schön. Wer klopft da? Hey, wer klopft da welche aus, Meister Krause? Das ist der Nikolaus oder was? Hast du schon wieder Geschenke dabei? Das ging aber schnell. Der Van Diesel, das F.A. sollte mal Van Diesel heißen oder was? Alles klar, welche Sprache? Alex, was kochtest du? Nein. Was? Popcorn. Kochen und Popcorn. Was? Ja, aber ich habe den Kupf, der Klopfen hat. Ach so. Ich habe den Kupf, der Klopfen hat. Ich habe den Kupf, der Klopfen hat. Ich habe den Kupf, der Klopfen hat. Kapital ist schon mal weg der schießt irgendwas auf mich doch wo bist du jetzt nicht mal stock dabei ja ja nix richtig nachher das ding oder machen was hast du noch mal gesagt alle man der scheiß gläß man sehr schön da ist nur noch ein wichser bewegt das nicht so viel so hört man das nicht richtig hast c4 macht den drop auf ach scheiße okay geh weiter ja geh runter ich muss kurz das ding oder man ich höre ich manchmal nicht richtig spiel zu laut ist so ich muss täuschen juwelier juwelier ne das andere musst du da umstellen nicht das was gerade bist du sicher? ich habe das andere lauter gemacht geil mann wohl alles beides blau aussieht ich bin schon verstrahlt oh archiv kapkan alle dankeschön dankeschön und was sagst bis jetzt zu unserer runde hier 22 zwei nice oder warum wir machen doch unsere schöne kills bonkills schöne sehr schön machst du das ja was drücken was ist kaputt ist da geht nicht mehr ach so du mein bester ja hier hier scheiß man der ist über mir was habt ihr verlebt? unten? unten oder oben? unten wo unten? also mittlere etage lobby quasi hab ich sie gesehen Da ist er noch ein bisschen. Da ist er noch ein bisschen. Nice. Aber wer weiß die letzte. He was upstairs. Scheiße man. He was in CIO last time so he might be going upstairs man. Aim up. Ja das schafft es nicht mehr. Wie geil man. Scheiße war die Kerl. Die ist behindert. Guck mal sie ist in der Wand drin. Wie du? Was? Du sagst ja die Käffesbilder ist einfach wie du. Irgendjahr nicht. Eines von beiden muss sie sein. Oder wie Colin. Ja wie Colin Schmauß. Perfekt. Also ich finde es gerade geil wie Führung. Ich weiß nicht was ihr habt. So spielt man Rambo heutzutage. Mit schlechtem Thema jetzt. Ja. Vor allem Termit vor. An dieser Van Diesel verarschen fegte. Keine Ahnung was der Junge da vorhin gemacht hat. Aber wie kann er zwei Kills haben. Der hat neuesten Benzin erfunden. Mann diese. Ich gehs vorhin. Jetzt mach ich gleich auch. Ja. Ja. Wäre schön gewesen wieder ne. Lass mich beeilen. Uns. Eins. Zwei. Dreier. Vier. Scheiße keiner gekommen. scheiße auch keiner mann nein die kommt von garage unten garage unten garage unten schnell was der runde der war doch geil bei mir leckt gerade wieder alles ganz oben kugel dacht kugel das war die schecke ja skylight ist auch blatt die 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 Das war noch upstairs Und Bing? Was warst du des Gläsens gerade? Noo Hibana! Caralho Da! Kugelding! Glas Kugelscheiße Skyline war ja Oje und von Diesel ist der letzte auch noch Wollte mich verarschen Guck mal der Double was der macht Noo Guck Go 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 Oh mein Gott Oh mein Gott er hat es noch gerissen GG Er hat es noch gerissen GG Dann lass mich mal ein GG Oh mein Gott hat der einen Aim gehabt Alter Ach nicht gerade Alex? Ne gerade nicht Pass nicht mal rein Okay 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 Ja Dings muss raus Sie ist Chefin Chef Warte Aber warte vorher müssen auf der PC Oh mein Gott Muss noch seiche Jetzt für raus Ihr müsst laden mal ein Es geht kurz auf den Weg Die Glück Dann 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 Vielen Dank. 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 Was macht nochmal Finca? Nein, das ist der Abfuck. Warte, 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 erst muss ich hier nochmal ein Laien ausrüsten. Das geht ganz schnell. Sehr gut. Scheiß, meine brauche ich hier. Das muss ich jetzt, das muss ich hier nicht. Das muss ich hier mit dem Stream mit verfolgt. Das muss ich hier aber auch in der Stream mit verfolgt. ich kann es jetzt nicht moderater kann ich muss es erst am pc gleich machen nach der nächste runde machen wir danach fahrts mit auch noch jetzt kann man direkt den neuen mal ausprobieren nicht nur mal also auch müssen ton ausmachen hey get the light keep me light a bit line what noob headshot jetzt oder die mom blau jobs deine mutter blau jobs ja gerne der vater schaut zu den eltern sind geschwister gerne gerne kann es machen ich steu es sogar noch in dein gesicht rein das geile ist deine mutter ist noch auf dem livestream bei mir drauf fängt schon mal gut an er kriegt nature das wohnert was war es denn für ihn warum schaut gerade nur noch einer zu das bin ich wasser fester kam sie wieder ja ok nein lassen so lange aber genau so ist es die bahn abbleibt warte 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 ok jetzt ist da was bei dir wo war der er und er hat dabei er hat er hat traurig auswählen schon auf da habe ich das gemacht der ist clear Bank ist auch clear hau so ein Ding rein, dann geh rein ich muss noch bei dir gucken, ob das hier ist nein auch clear, soweit ich auch gesetzt draußen ist der der ist low ich glaube, wir sind in der A land ich brauche das mal links ha 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 3-0 wieder ist der geschluckt hat er grad die schlucken alle irgendwie sehr verstanden, dass ich auch war hier ne 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 unten ist der einfachste Raum, wir müssen mal so dev carey ne 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 High-Rawing da gewinnst du immer deinen Raum, nur nur wenn du da einmal versagt dann müssen wir alles umändern ich werde es nicht als erstes reingehen das ist der größte Fehler, sag ich euch nein das ist kein Fehler doch vor allen Dingen, guck mal was für operierter ihr habt ihr habt nur nur ding kein jäger dabei ich wollte aber fetzer kann der wichser cloud ein oder was gast dieser toxische wir haben uns egal wir geben lieber kein beginn kein her die nene lassen er hat uns gemütet der hat uns gemütet macht überall stacheldraht ein wc rein unser einer muss die hatch noch machen seid alle auf ding aus oder was gerade auf klicker ich bin der einzige in raum als jäger wollte mich eigentlich verarschen macht hin wenn sie jetzt nach der runde gehe ich auf ne ne du musst drüben bleiben heute wird nacht durchgemacht damit schwänzen warte ich glaube die werden auseinandergenommen von uns warte 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 bei einem Sturm auch auf der Weg Deutschland wird nicht beantwortet abend mit hatte nicht er hat dich er hat auch dich gemütet und uns und seine Mutter was hat er gesagt wir müssen jetzt reden können aber warte mal vor wie es seine Mutter ausgeliehen haben wir können auch telefonieren wenn du möchtest er hat Runde telefonieren er denkt ihr wer ist ein Mädchen was du wirst auch telefonieren wenn du möchtest sag mal ja wir telefonieren ist zu hässlich jetzt beleidigt er wieder hättest nicht mal jetzt doch die Hitsjahre sagen können kapkan haben sie oder was haben wir überhaupt was zum aufmachen da nehmen wir nix ich kann so so aus ja mit was ich bin doch Ding mit Ash nein wirst du da und da wir haben wie wir das wie wir nein hat mich auch noch ich hab's gemerkt nice wow den kill hätte ich jetzt auch machen können für your mom oh der fahrzeug ist wieder weg wer hat denn wieder beide gleichzeitig okay da bin ich aber dabei machen wir alle drei einmal an mich für den e-training soll passieren ich weiß welchen bombe ich nehme besser wenn ich ihn nicht nehme da kommt immer einer also ich mache ganz einfach ich lasse einfach den hosenstein raus und dann lasse ich ihn hänge nein spaß wie alt bist du? ich? drei jahre erst wie alt bist du? 32 nein ich bin achso 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 Nööööööööööööööö Schön, die Nomad Healthfuckers 75 AP Prozent Friends, ist einer drin? Im neuen Jahr gehts lieber, Cache Hier willst du weh Weil einfach keiner von euch antwortet Blendet schon einer Weil einer von äh, antwortet Nomad, musst du auf Wo? Ah ja, der Blende ist drin Interrogation Du Fotze Du Fotze Das ist Karma Du Fotze Zennos, fuck you Ah, ha 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 Your mom, you suck my dick So macht man das Killclone bei so Pissers Und jetzt nochmal bitte im vernünftigen Englisch Kannst du mal in den Mund nehmen Das reicht doch für dich Und deine Mutter auch Danke Bitte bitte für dich Bitte bitte Die Kleinkinder Da Jetzt lieber zwei Eine große Fresse Die, ja, die zwei Hat die meine richtige Kinder Die zwei da Weißt du, das? Wieder Kupfer eins, ja Was? Nächster Ranked? Jetzt läuft schon wieder eins, okay Ey Ey Wie ist das? Wie ist das? Ich bin nicht auf die Bronze so hoch Okay Eingeranked? Ja, ich bin nicht auf die Bronze Ja, passt zu dir Wie hast du es geschafft? Auf jeden Fall Ich habe nur verloren Du scheiße bist Auf jeden Fall Wie ist die scheiße? Wie ist die? Schon wieder die Schon wieder die? Der ButtK, der war doch schon mal noch gegen uns vorhin Wer? Der ButtK Der ButtK ButtK, AE Der Becki Becki, ja Die sonst haben wir noch so eine Internetseite zum Protonseite Basse, wie alt bist du? Ich bin 14 wenn du musst du noch zum aufmachen der stadt witsch blüß doch ein bisschen blind oder was das nimmst die fotze da eigentlich man das nimmst du nicht? ich bin nicht die fahrer du kannst du nicht sein du kannst nicht sein ich bin nicht die fahrer du kannst nicht sein das ist ein bisschen doch du bist ein bisschen du bist kein Kuchen ja nicht was ich jetzt bitte kaputt welches das nass ist in ihm bände ihm oder man hat sich immer schon wenn man das nicht im ananas ich immer schon ich habe ja das oder sieg dann noch Maschallah Mulkolan, eh lef Sibi, Sibi, Schamut Alec? Ja Schamut, er ist arabisch Das weiß ich doch Schiff Schamböf Schiff Schamböf Alec? Findest du deutscher oder? Nein, es war Joghurt Nein, Joghurt Kannst du kein Joghurt? Thermal, bitte Open up FW, open up Jäger tot Hier ist das gemacht Da hinten ist auch noch eine andere Hey, ich würde auch noch einen haben Gleitsch Alter Die kamen zur Busch nicht klar Ich glaube das haben sie noch nie gehabt sowas Glaubt ihr das klappt noch ein zweites Mal? Doch, es kann klappen doch Und zwar am letzten wo ich alleine gespielt habe Das war auf Chalet Hey, die Esch hat uns geboiert da drin Das war ab nochmal Aber ich dachte nicht, ich will den Port pushen Ne, das nicht mehr Weil davor war ich über Arkais Ey, wenn kann er den Pferdzeug nimmt dann nehme ich den, danke Diesmal push ich nicht über Arkais Jäger please Jäger, Jäger, Jäger please Nein Jäger please Jäger please Ich muss mich noch abgeben Wir haben hier noch unterbekommen Ich brauche hier noch eine Wand bei mir Schieß sie ab Wenn er schon bändet ist, soll er das Stacheldraht hin machen Habt schon Ich hab da irgendwas kaputt gemacht Ey, nichts zu machen Nein, 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 nein Guck mal, der Bandit macht komplett zu alles Ey, der kriegt einen Headshot, Mann, Junge Bist du behindert? Ja, wo bist du? Er ist schon unten ohne mich Ich hab doch keiner mehr Ich hab keine Wand mehr Ich hab keine Wand mehr Dann sag doch Das war noch Nicht dort Nicht dort Etwas Nein, ne Nein, nur der Die Fotze Er bändet da, Mann Wo hat der Er bändet tot? Naja, fast doch fast schießen ab archiv draußen türe große ich habe nicht richtig durchgezogen wegen den dubel da unten scheiß bandit naja du hast nur noch einer macht das ding zu den scheiß bandit man alter habe ich nicht durchgezogen richtig das gehen wir kennen es ok sehe aber nirgendsowas ich glaube der ist noch am spot da hängt da was ganz oben am dach der ist ober wieder ober ober wieder nein du kriegst du nicht du musst ziemlich weit raus das tritt kriegt er nicht er kommt runter nein er kommt nicht runter hat er doch keine mehr das schmeißen wir hoch und hat einen trist aber glaube ich nicht seht ihr nicht mehr er kommt runter irgendwo ich lache mich tot wenn er jetzt noch blendet ich habe ihn nicht bekommen weil ich zurückgezogen habe ich habe ihn nicht bekommen weil ich zurückgezogen habe Alter. Echt, ich dachte, das war der Gegner. Der dachtet's auch. Alter, war der Schiss. Lass ihn erstmal ganz. Erst wenn wir 3-0 haben. Lass ihn noch ganz. Erst wenn wir 3-0 haben, dann schießen ab. Biss in 1-tap, 3-60 mit Pittle. Ja, aber nicht, dass du mich triffst, ne? Das ist mir egal. Das ist mir egal. Ja, geht, die mir ist easy. Ja, ja, sagt das nicht zu laut. Gab schon genügend Comebacks, wo das Läscher gesagt haben. Oh, die Läscher sind schlecht. Ja, ja. Sagen sie alle. Guck mal, die haben 3-1-Kilz. Das hat noch nichts zu heißen. Die haben viel Kilz, ja. Hört nicht, ich glaub ja. Oh, wo ist das denn nicht? Ey, wo der den Schild hier macht, ist er behindert. Wut, wut, wut. Das ist geil. Also Gott. Ja, gut, das ist ein Wallah. Spaß. Ne. Ich hab kein AIM haben sie. Das ist der einzige Ecke, wo wir aufpassen müssen. Ja, man kann ja, aber. Wo ist der eine? Wo ist der Team-Mate? Nein, 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 lass ihn, lass ihn. Wir wollen ihn. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Fuck you. Kannst du euch nicht nur ohne Kilz? Hallo? Wer? Du! Wie im KILZ? Also die ist nem 1- 1-2. Das war ein Teller. Gericht doch, gericht doch, gericht! Ey, guck da im Weg! Messer ihn, messer ihn! Hättest du nicht krank, wenn er ihn gemessert hätte? Nein, der... Doch, wäre... Doch. Darf schon. Oh, 3K. Der war ein Sieger. Der war ein letzter Spot. Das scheiß Ding. Da oben, da oben. Wo? Das ist oder so, keine Ahnung. Gewinn der ist schnell. Letzter Spot war ein Teller. Wo ist der Wichser? Ich will auf Kelle gehen. Der ist der. 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 Mach diese komische Elektrodinge an. Der kommt hoch wahrscheinlich. Bring nicht runter, das ist die größte Feder. Wo ist der? Der kommt drauf. Wo muss ich den Frosch filmen? Oh, mein Gott! Lektiv time! Hahaha! Hast du wieder rausgeflogen oder was? zurückgekehrt Jäger please bandit please brauchen wir hier ok ich nehm bandit ich nehm dog zum sporknpick ich sag dir wenn du nur scheiße spielst auf einmal gewinnst die scheiße aber wer hat sich von abgeschossen sicher nein renn weg nein nein macht er nicht sonst wird er jetzt hinterher nein nein lassen erst noch nein der ist unten der macht garage zu jetzt muss gucken wo die hinrennt nein dann mach einer die hedges zu oder ich mach die jetzt gleich achtung quitsch hab den tropper zugemacht nein habe ich perfekt ich mach den anderen sehr schön der war unten oder was warte kurz kurz da zu ende zwei minuten mach gerade schon, drei minuten, mach, wo ging er aus wir sind zwei, da rufst du doch nicht hoch ey kapital ist bei mir schon fast wo ist der wo ist der doch gib mir mal spritze ich hab keine mehr nein hör auf mach safe hab ich eigentlich ein 8 jetzt nein visa der ist ein visa hallo der ist ein visa safe der ist ein visa der war der war oben treppe karal auf der treppe bei wiese bleib so bleibt so da rennt da jetzt rein 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 in den raum rechts du siehst du nicht der blendet sonst der fickt euch noch alle blende blende rechts rechts verblendet rechts ganz rechts jawohl hast noch zeit genau treffen wir irgendwann so hast noch zeit ich sag dir immer nur wieder bescheid nein 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 erst so mache keine lust raus zu fliegen babo ist wieder jetzt bist du noch erster mann ich war vorher ein erster hab ich denn da eh gerade gemacht? nein da ich den jackal geholt habe du hast 3k gemacht 3k? 3k wenn er 2 geholt habt ich hab einen geholt achso nur einen er ist aus ja ich geh auf ach manu ja ich muss auf ich hab morgen schon was sind das für spiele Gold 4 spieler bitte Eiferpack ja Eiferpack ich öffne kurz Eiferpack ich bekomme jetzt Black Ice bei Ash Kappa jetzt schreckt der andere mir was du jetzt schreckt gebannt was du bist gebannt bitte bitte gib mir ja weiß ich komm da an und mach mal ein match ja wart mal der andere geht doch raus oder? geht ja ich geh jetzt ciao ich bin kurz auf die Toilette ok dann warte ich schon mal warte ich schon mal warte mal ich lade den anderen noch ein das ein ja wart wo bist du da oben kann ich den kolleg auch das passwort von tsa weitergeben ok hallo hat man mich noch Fotze. Warte noch mal so an das machen. Einmal anstarten. Naja warte, ich will kurz den anderen noch hier und den TS schnell reinmachen. Versteh ich's? Ey, ich finde dazu, Janik braucht mehr Game Knowledge. Wollt ihr jetzt? Was? Janik braucht die Game Knowledge. Ne, ist nicht Janik, ist ein anderer. Ne, Janik, warte, hat ja mit uns gespielt. Achso, achso, ja. Um fehlt die Game Knowledge. Ey, was ist hier, warum lädt alles so lange hier? Man muss hier reinhauen oder was? Ohja, du. Ist das Internet abgekackt oder was über Nacht wieder? Ohje. Ey, was ist jetzt los mit dem scheiß Discord hier, Mann. Ey, willst du dir für, ähm, allebei die Puff, die, äh, Kraulich, was hat wollen? Warte mal. Warte mal. Jetzt muss ich was anders machen. Bist jetzt verblödet da oder was? Oh. Gehen wir jetzt nicht auf die Eier, Mann. Okay. What? Okay. Ich bin der Stockler. Na warte, ich komm ja nicht mit Discord rein, was ist hier los, man verpiss dich, du auch, da verpiss dich scheiß Discord. Aber warum ist mein Discord gerade am abkacken, müssen wir kurz mal nachschauen. Ok, das funktioniert noch. Moderat machen, das muss ich irgendwie einstellen, ich habe jetzt keinen Plan wie das geht. Moderat da einzustellen in YouTube. Wie macht man das auf YouTube? Du brauchst auch die E-Mail-Adresse von denjenigen oder nicht? Ja. Für moderat einzustellen von denjenigen oder nicht? Keine Ahnung. Ja, kommt der jetzt rein oder kommt der nicht rein? Ja. 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 Muss man das irgendwie kapieren hier, ne? Das dauert wieder ewig, ey, was macht denn der? Wie, wohin? Ist das jetzt besoffen oder was? Bist man da drin? Ah, jetzt! Perfekt! Servus! Ich höre mich jetzt besser an, ne? Ach so, neue Setz? Nein, neues Mikrofon! Wird doch alles da los! Oh! Ich hab das ohne jetzt geholt! Ach so, ach so! Jetzt höre ich mich nicht mehr so, äh, wie so, äh, jemand gerade am Spümen! Ja, ja, ich! Also, äh, da höre ich mich nicht mehr so komisch an, verstehe! Mhm, kein Problem! Ja, ist der andere weg, äh, der Kollege von dir, wo vorher noch da war, oder? Ah, die sind gerade auf 3BG-Trip! Ach so! Hast du noch welche gerade, die noch unten sind? Drei oder mit dir zwei? Ich muss eh gucken! Ich hab aber ein bisschen neu gestartet! Ich hab nämlich so, ähm, äh, auch kein Schwarmproblem gerade aktuell! Ah, okay! Ah, okay! Ja, da warten wir noch kurz! Mein PC wurde gehackt! Äh, ne, oder? Die Übler! Ja, doch! Wann? Äh, in der Zeit, wo ich einkaufen war! Ach du Scheiße! Äh, deswegen, äh, seitdem, äh, funktioniert auch Scham nicht mehr! Ich hab schon Schadstoff, äh, oder Schadstoff der, äh, Programm durchlaufen lassen, auf die irgendwelche... Viren! Viren! Oh ja! Es sind aber soweit keine, das ist zum Glück! Äh, äh, wichtige Informationen wie Paypal-Daten oder so, hab ich je nicht drauf gespeichert! Mhm! Also, ab die nicht an wichtigen Dateien bekommen! Und da hab ich meine Spiele alles separat... Äh, da hab ich alle meine Spiele immer, immer aktuell immer... Apropos Bankkarte, ich hab meine Bankkarte mal nach drei Monaten wieder bekommen... Oder hat sie mal bekommen... Äh, was für ne coole Tasche! Aber man versteht mich jetzt besser, oder? Das... Äh, mit einem normalen Mikrofon! Das, ja, auf jeden Fall! Ich darf auf jeden Fall nicht so rumschreien! Ich hab kein Problem! Äh, übel werden! Ich muss nicht ruhiger bleiben! Ich hätte einen, da frage ich ihn mal eben ganz kurz auf, was man aktuell irgendwie beschäftigt ist! Weil ich dieses, äh, Film-Network oder Film-Network nicht verteller kann! Das ist das Problem an einer ganzen Geschichte! Okay! Ich sag Rüben nur einmal eben Bescheid! Jaja, klar! Tja, jetzt hab ich mal die neue Bankkarte da bekommen... Aber die sieht ja aus, ey! Wie ausgeschissen! Wie ausgeschissen! Wie ausgeschissen sieht die Bankkarte aus? Okay! Hauptsache, es ist da! Naja, jetzt zieh ich dich auch an! Ich versteh die ganze Zeit Bankkarte! Ja, ja, Bankkarte! Ich hab ne neue Bankkarte bekommen! Ich hab ne neue Bankkarte bekommen, aber erst heute! Obwohl sie schon vor zwei Monaten da sein müsste, was? Und ich hab ne Bankkarte verstanden, weißt? Ja, ich hab ne... Ja, aber Alex, wirklich bei dir ist TeamSpeak im Livestream richtig leise, finde ich! Hörst du mich leise? Ne, die TeamSpeak ist bei dem leise, meine ich! Ja, das kann sein, äh... Nein! Sag jetzt, ich hab sie ins Grüne gesteckt! Ella sagt doch doch! Ach du Scheiße! Ne! Bin ich, äh... Bin ich, äh, immer noch leise in? Ne, ne? Du bist nicht leise in deinem Livestream, ne? TeamSpeak ist leise! Ach so! Du bist aber ab zur Bauchleise! In meinem Livestream! In jedem Fall aktiv, äh... Im Stream oder? Ja, aber bei mir ist das hier auch leise, ich hab schon viel lauter gemacht gerade! So, ich komm jetzt ran am Meter! Ran ein Speck! Ja, ja, übernachfach, ich bringe jetzt auf der PC komplett platt, weil, äh... Ja, den Scheiß hatte ich ja letztem Mal auch gemacht, da wollten wir noch so ein Ding drauf machen für Battlefield 3, weißt du, was ich dir erzählt hab? Hab's mir... Alles, alles hat's mir verwichst, alle Bilder, alle, und ich hab wirklich Daten von meiner Banken und allen Scheiß drauf, alles war weg! Ich konnt's nicht mehr öffnen, gar nix mehr! Ja, das ist mies! Wir müssen auf jeden Fall morgen oder später nochmal schnacken, oder... Naja, klar, können wir noch machen! Wie viel haben wir denn jetzt? 3.11 Uhr, ne? Ja, das ist noch jung der Tag! Nicht nur jung! Ich hab grad angefangen! Naja, das kann endet gleich! Bei uns nicht! Sag ich mal, bei mir endet das oder so immer nachts nicht! Bei mir ist alles andersrum! Ey, das geile ist, ich muss mal früh arbeiten, aber ist ja scheiß geil zu machen! Ich hab nen neuen Termin! Von daher... Also früher, wo ich noch jünger war... Wo ich noch so... Wo ich noch so jünger war, so 18, 19... Jede... Wir haben mal 5 Tage, 6 Tage durchgemacht! Mitzocken, mitzocken, mitzocken und mit allem! Scheiß egal! Habt ihr euch eigentlich für Division 2 die Beta angemeldet oder... Interessiert euch das nicht so? Was hast du geprägt, Dave? Ne! Boah, ich bin so gehalbt auf das Teil 2! Der erste Teil war am Anfang ganz geil, aber irgendwann wird das halt sehr schnell langweilig! Ich hab's überlegt zu holen, aber... Ich bin nicht so... Ich sag, bis jetzt das beste Spiel kommt auch keins dran, ist Rambo! In meiner Augen ist so... Egal wie viel Faxen es hat oder sonst irgendwas, aber es kommt kein Spiel, egal was sie rausbringen! Bei mir ist Rambo nicht ganz oben, weil die Bugs einfach nur... Ja, die Bugs regen dann auf, aber wenn du so überlegst, haben alle Spiele Bugs, egal welches... Weißt du, was mich da mit Rambo einfach aufregt, ehrlich gesagt? Ist einfach, dass die meisten Leute, die Rambo stellen, ja? Keine Ahnung haben, um was es in diesem Game geht! Das ist richtig, ne? Viele, nicht sehr, sehr viele! Das ist richtig aufregt! Zum Beispiel, was wir vorhin gemacht haben... Weiß, wir haben nur Pistol im Rank gemacht... Kannst du fragen, ich hab drei Leute da wegrasiert... Wir haben sogar drei Runden hintereinander, oder vier Runden im Rank verloren, ne? Ach du Scheiße! Ich bin immer noch Gold dabei! Da stimmt irgendwas nicht! Ja, stimmt, ja! Da haben wir voll verloren! Aber das gibt's halt! Alex, aber das Beste war, wenn ich immer leidend war, wenn ich ihn nach links gucke, den Befieber, und dann einfach nur nach rechts und ihn hole! Ah, du bist ja wieder Gold auf jeden Fall! Naja, wir haben wieder... Ich sag ja, wir haben nur Scheiße gerade gebaut gehabt, Also, dreimal Lenk haben wir jetzt gespielt, nur Scheiße, aber alle gewonnen! Aber lass uns jetzt mal alles strengen, ja! Ich bin immer auf mein Glücksgefühl! Okay, okay! Ey, Alex! Ja! Wir spielen, gewinnen wir fast immer! Mhm! Also, ich drück drauf, ne? Ja, die Kugel! Auf'n Neues! Auf'n Neues! Lugschert-Ding weg! Lugschert-Ding weg! Alter, ich muss euch einfach voll dran gewöhnen, ja! Weil das Ding so ein bisschen mein Sichtfeld ist, ne! Das Dildo-Ding! Dildo! Ja, ja, ja! Ja! Alex! Ja! Auch gut, wie wir uns letztendlich waren! Oder was war... Äh, gar nicht gestartet... Ich dachte, ja, es war gestartet nicht! Ich hab's aber nur gesehen, weil ich ein Live-Spiel-Leistung gesehen hatte! Scheiße, die Map ist auch schwierig, finde ich andererseits manchmal! Äh, du kennst ja ein Programm, was, äh, was irgendwie so, also wo du Spiele automatisch lauter stellen kannst! Also jetzt nicht hier von Windows oder so, ich mein jetzt wo du halt, äh, die Games separat nochmal einstellen kannst! Äh, schwierig! Was kennst du? Du hast, äh, Standard für Windows! So! Ich versteh nicht, was nehmen manche Leute da, der Operator, so Clash was? Was nimmst du den Mann eigentlich da unten, du Pisser Mann! Eigentlich sollten wir den Lappen direkt nicht vergeben! Einfach so ausschalten! Eigentlich, ja! Du willst nochmal ordentlich Feste hin machen? So, mache! Gerne! Ich mach mit! Ich sagte gerade, wir sollten uns auch die Feste hin machen! Ne, wir machen erstmal hier die Wände, das machen wir schon alles richtig, ne! Aber... Also du willst, würde ich sagen, mit Cap kann man nicht auch nicht so viel machen! Beeil dich! Wisch nicht! Haben wir alle Wände dazu... Wände dazu! Den... Verspielte auch die, äh, M12 mit Charlie! Die, äh, die endlich durch den Charlie entfreunden! Wie ist es! Oh, jetzt die pushen irgendwo! Ja, man... Guck mal, wo der andere Double hingeht mit seinem Schild. Hey, die pushen schon da. Was macht der mit seinem Schild da, Mann? Oh Mann, na, komm da, Mann. Der ist auch schon drin. Der kriegt nachher wirklich einen Headshot von mir. Schild ist drin, Blitz ist drin. Er ist jetzt auch drin. Hey, Mann. Oh Gott, ne. Maschallah. Normalerweise, wenn du mit Schild spielst, dann bleibst du vor der Tür stehen. Der gleich gespielt hat, ja. Der war ja, äh, äh... Sag ich dir. Ober 9000, wo? Gelb oder so. Der bleibt mir normalerweise da vor der Tür, dass der nicht rein kann. Nee, er macht ja nicht. Er hat nicht mal was mit dem Schild gemacht. Hast du's gesehen? Doch, er pusht raus. Wie pusht er. Aber er hat nicht mal die Blitze losgeschickt, der Vollidiot. Also gerade Headshot, Mann, du Pisser da, Mann ey. Alle, ich bin ja mit dem Lime. Na ja, ich lieb den heute. Gerade frisch gekauft. Also ich mag ihn persönlich nicht so. Es ist jetzt nicht so mein Favorit. Dann bekommen wir jetzt ein ganz neues Update. Das gibt's nicht mehr, wie wir die Runde da verloren haben. Ja. Bist ihr schon welche, die 9 Operator werden? Australia. Oh, Australia. Danach kommen ein Kanadier und ein Deutscher. Du wieder ein Deutscher? Ja, warum schon wieder? Einfach erst 3 oder 4. Wir brauchen einen Österreicher. Was? Ich brauche ein paar Albaner. Ich brauche ein bisschen zu zweifelbeil, dann. Was, Türkisch brauchen wir auch noch. Gell? Türkische. Oder Jugoslawische. Jugoslawische, auch, ja. Die werden aber nicht reinkommen. Ey, wisst ihr, warum Bessel 5 nicht so gut verkauft wurde? Das ist ein Schrottspiel. Weil da Weiber mit spielen und im Zweiten Weltkrieg haben keine Frauen mit gespielt. Nee, das ist nicht maß, äh, voll. Täh. Maschallah. Ich schaff das Spiel, das ist das beste Battlefield, war nur Battlefield 3, kommt kein anderes dran. Battlefield 4, kannst Tonnen kloppen und alle anderen eins auch. Haben sie auch die Carrera? Stimmt. Wollt alle da reinpushen. Ey, was macht er mit? Okay, da hast du noch. Ich hab echt mal das Stop-Wartel gehört hatte. Hey, da oben läuft irgendwas. Wo oben? Bei dir ist Sledge. Ah, schau mal, ich war da drüben gegangen. Äh, Monty, muss ich mal Hilfe holen. Oh, Monty, ich bin weg. Bei der Cardone, bei der Cardone ist auf die Wand. Da ist ein Jäger. Weg. Kannst du noch Monty helfen? Ja, warte mal, der hat mal einen Kontakt weggemacht. Ja, ich hab auch eine Hilfe, ja. Besser, Schlesen. Pass bei dir die Capcom, bleib auf und vorstellt. Äh, bei Monty ist, äh, Liesen. Dann dem... Nein! Ich hab' einen A, der ist ein B. Gut zu dir. Ich hab' einen Auftrag. Du kannst nicht mehr... Nein! Ich hätt' blenden sollen. Klar, ehe er mich noch kriegt. Er ist bei zehn, geh ab. Boah, fast. Ne. Das war mein Fehler. Aber der hat gut reagiert, der Pisser noch. Warum ich hatte. Egal. Oh, die anderen Teammates verkricken immer sofort, gell? Okay, Jäger haben wir schon mal. Sehr schön. Die Wichser werden wieder so kippchen. oh ja ist der nehmt Kessel mit, das kann nach hinten gehen wie wärs mal nicht Wände zu machen, das scheiß Kessel gut, Twitch hier fehlen drei Wände man Leute, das kann nicht sein nein, alle pushen ja, ich kann mich nicht veranholen, ja noch, äh, der ist low, der gute, äh, das war gut, dass ich die geclank hatte, auch wenn ich sehr vergeschrungen bin, ich konnte die Münze nicht aneinander bringen ja, das war sehr gut, weil ich konnte nicht mehr viel machen war auch schon gut angehettet, weil ich eh wenigstens haben wir jetzt schon mal die Runde geholt 4,5 Meter nehmen wir jemanden anders den Koffer nicht, dass die zwei anderen ich hab, ich werd mal Twitch mitnehmen ja, ist perfekt ja, Monti, oh my god, das wird was mit denen zwei ey, der kann nicht gleich Monti werden, so okay, der hat jetzt drei Kills nur noch, grad noch so, ja ich meine, gegen eins gegen eins, wenn du Monti hast, dann was wird man machen, ne ich kenn einen, einen sehr guten Kollegen von mir, die hat sich gebatscht damit egal, eins gegen eins auf der, auf der PS4 sogar noch also, ich kenn einen ich kenn einen ich kenn einen äh jetzt hört sich oben an wieder, ne auf Twitch jetzt hört sich oben an Alle müssen die Tür dann nehmen Na, der Ding holt ihn grad Ok, klar Was? Die Setten ist vor Was? Die Setten ist vor Oh, die Setten, ok, mach schnell Eine weg, der Cam ist da Thanks Jetzt noch mal da unten rein Ja So, nicht mit Monte laufen Komm, ich lauf mit Monte Ja Scheiße Ja 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 nein ich hab noch zwei einer von uns was mache ich da wieder der dubel hat mich ist nicht meine runde aber gerade der monte noch von unten hat er durchgeschossen scheiße das auffassblatt macht eine mine vor der tür hin oder irgendwo ja du hast keine du hast dinge dabei hey oh scheiße du flankter der ist auch weg das war von mir wieder ich hab den wieder lesen nur mit dem scheiß mond hat mich da irritiert man aber er hätte was sagen können also ich finde also nicht nur ausstehende wenn man tss sondern ausstehende wie man so in game einfach für die spielte das interessiert ihn eigentlich recht wenig das merke ich ich brauche jemand mit kontakt ja hab ich fuck habe ich dabei Junge habe ich dabei so Kradio das gibt es doch jetzt nicht mehr zwei mal verfehle ich diesen pisse Kradio das gibt es doch nicht mehr oder du hast ein 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 das turm geht er weg ich kann doch gleich was zu machen muss mich gerade erschrocken alle scheiß egal macht jetzt nix ist immer der cam drin ja aber ich muss erst mal die cam finden was ist denn da los mit meiner steuerung gerade was stimmt er gerade nicht mit der bewegung sehr schön ja mashaallah ja im a piece in the hot place hey lord Komm, verpiss dich. Der wird zum Süden kommen. Dich auch auf Fliegen nicht, auch auf Fliegen nicht. Vergiss dich nicht, dass der nächste Wand, die Wand offen ist. Wir kommen. Fotze. Bei mir läuft gerade noch eine Spinne nebenbei rum, alles klar. Eine Spinne, so eine kleine, aber ist größer geworden. Eine kleine ist aber größer geworden, ja gut. Ja, danke. Jetzt brauche ich aber eine schnellere Waffe, alleine da. Habe ich jetzt zweimal verkackt mit den. Zwei Mal richtig schön dick verkackt mit dem Pisser. Kannst du halt auch nicht bei allen Maps nehmen, ne? Alleine, finde ich. Kommt an. Angriff muss jetzt mal sitzen, ne? Ja. Das hört sich unten an. Kann nicht noch sein. Wir sind unten. Da, wo wir in den ersten Raum waren. In der Küche da. Da kriegt Terrier. Von dem Grab. Mira haben sie auch, okay. Alter, wo der andere mit seiner Drohne ist, da ist der Witz. Hey, ich verstehe mich an, wie seit Garten und Stabeln nicht zu allen Formen gemacht haben. Pass auf, die können jetzt hier rauspushen, rechts, ne? Weil die, wo du mit Hebala gerade bist. Da hat mich mal einer richtig schön weggeholt. Ja, ich glaube. Warte mal, ist drunter. Warte mal, ist drunter. Scheiße hat man jetzt vorne. Im Raum. Warte, ich komme. Pass auf, rechts aufpassen. Und links. Der liegt. Kann ich öffnen? Ich hab dich geschafft. Da hab ich es. Ich hab dich geschafft. Da hab ich es. Und geh weiter. Scheiße, Mann. Hast du noch eine Drohne? Der hat den. Heiler muss vor Drohne. Einer ist nah drin. Einer ist ganz links. Und rechts. Miram, wieder. Miram, wieder. Miram, wieder. Rechts. Und ganz links rein. Ich bin weg. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Hey, bis er da durch ist. Hab doch mit. Miner gehabt, man. Der hat sich weggemacht. Scheiße, Mann. Ich bin weg. Okay. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Bis morgen. Bis morgen. Oder bis nachher. Ne, bis morgen. Wie mir jetzt schlecht ist. Oh, jetzt bin ich goldf. Ja. Nicht wieder Silber. Scheiße, Mann. Ich muss mal noch was rein. Du, da gehen wir eben ganz kurz raus. Mhm. Ich schau doch mal ganz kurz. Fuck, Mann. Das war die Runde da verloren haben. Schade, schade, schade. Ja, und drei Fehler von mir wieder. Ich hätte pushen sollen jetzt grad. Wollen wir vielleicht auf eine andere Terre als ich darüber gehen, wo wir vorher waren? Können wir machen, ja. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. User disconnected from your channel. Disconnected. Ehh. Ehh. Shit's blöd. Ja. Bin ich wieder. Ja. Ist wieder da. Bin wieder da. Ja. Er auch. Ja. Ja. G36C hier bei mir. Will jemand? Halli SR. Mit selbst. Dreifach nehme ich mit. Hier war irgendwo ne Nate grad die hochgegangen ist. Das ist ziemlich close. Den Rest ruhig zu sich. Dankeschön. Ja. 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 Wir gehen nach oben. Ja. Okay. Ja. 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 Der ist maximal witzig.